Musik Einst konnte man hier schnell und sicher die Straßenführung am Messegelände unterqueren. Teil der Bebauung ist mit dem ehemaligen Kongresszentrum ICC verbunden gewesen. Die denkmalgeschützte Unterführung macht einen traurigen Eindruck. Fahrstühle, die nicht mehr fahren, Rolltreppen, die stillstehen, verdreckte Ecken und gesperrte Ausgänge. Es riecht nach Urin. Obdachlose schlagen hier immer wieder ihr Lager auf. Einige Leuchtstoffröhren der Lampen im 70er-Jahresstil flackern ihrem letzten Atemzug entgegen oder sind teilweise bereits schon gestorben. Frauen machen hier schon lange einen großen Bogen und auch für Berlin-Touristen ist es eine Zumutung. Kein schönes Aushängeschild für Berlin. Armselig und unsexy scheint hier jeder Winkel zu sein. Einst ein Vorzeigeort für Berlin. Nun eher ein Durchgangsort, um hier nicht verweilen zu müssen. Dabei steht die Unterführung doch unter Denkmalschutz und ist es wert, geschützt zu werden. Aber offensichtlich zieht man eher die einfache Lösung vor und lässt diesen Ort in einen tiefen Dornröschenschlaf verfallen. Ob die Unterführung jemals reaktiviert wird, steht vorerst in den Sternen. Bis es aber dazu kommt, regeln nun die fleißigen Ampelmännchen den Fußgängerverkehr und das ganz ohne Gewerkschaftspause. Untertitelung des ZDF für funk, 2017